Steven fragt Pete's Meat Wie ist bei euch das Verhältnis zwischen Essen gehen und selber kochen? Fast jeden Tag selbstgekochtes Essen. Nicht, dass man jeden Tag quasi selber kocht, aber dass man dann alle zwei Tage kocht und dann wechsle ich mich auch noch mit meiner Freundin ab. Das heißt, das sind dann vier Tage oder sowas. Das heißt, so häufig wird gar nicht gekocht, aber es wird häufig selbstgekochtes Essen gegessen. Aber Essen gehen passiert auch bestimmt einmal, auch zweimal die Woche. Vor allen Dingen Wochenende dann. Wobei es stimmt eigentlich nicht. Wir haben immer so einen Tag in der Woche, wo wir uns mit den Geschwistern meiner Freundin treffen und da gehen wir häufig auch mal essen. Und dann vielleicht mal an einem Freitag oder so. Also wenn man das über alles drüber rechnet, dann würde ich sagen, sechs Tage selber kochen, einen Tag essen gehen. Entweder, keine Ahnung, wenn man mal sonntags gar keinen Bock hat auf das, was man noch im Kühlschrank hat und irgendwie einfach nur gammeln will und nicht kochen will einfach mal. Dann gönnt man sich das gute Gyros hier nebenan von so einem Griechen. Oder einfach man geht am Wochenende essen, trifft sich mit ein paar Leuten und ist da was. Oder aber führt auch die Freundin mal aus ins Kino und geht dann auch noch essen. Sowas. Also so einmal die Woche ist es meistens und sonst die anderen sechs Tage kochen. Ähm, essen gehen? Boah, pff. Arbeitstechnisch mitgezählt, weil dann ist es schon recht häufig. Äh, aber wenn nicht, also so komplett privat, dann so einmal im Monat. Boah, gute Frage. Also irgendwie eins zu sechs? Eins zu sechs? Also ich würde die Frage sogar, also ich würde die, ich weiß nicht, ob du die Frage auch so interpretierst mit bestellen und essen gehen. Ja, das ist das Gleiche für mich. Okay, okay. Ich würde sagen, echt? Einmal. Du bestellst einmal die Woche? Ja, doch. What? Also manchmal vielleicht auch zweimal die Woche. What? Ne, ist mein nie. Also. Ne, aber ist halt bei mir so. Das liegt halt daran, dass in Gießen, in Gießen gibt es halt wirklich keine geilen Lieferdienste, das ist das Problem. Ähm. Also meistens halt, also ich gehe halt auch dann gerne mal essen, also liefern noch weniger als essen gehen. Also lieber, lieber essen gehen als liefern schon mal und dann würde ich sagen, vielleicht so alle, äh, zwei bis drei Wochen vielleicht mal was bestellen, beziehungsweise essen gehen. Okay. Ne, bei mir ist es tatsächlich Wochenende, das ist meistens essen gehen. Eigentlich immer. Dekadenter, Bram. Ja. crap. basketball .